Ich selber hab auf dem Wiener Opernball meine Hämorrhoiden nachgucken lassen aus dem Stand. Es hat keinem gutgetan. Was machst du am Wiener Opernball? Wir sind pro. Wir sagen vegetarisch. Vegan. Vegan sogar. Nur Grünzeug für den Hund. Wenn er dich auf die Straße kackt, muss er nicht aufwischen. Das halte ich für eine saubere Lösung. Ich kann klar sagen, ich gehe ohne meinen Penis nirgendwo hin. Nicht mal in die Grube. Das ist von Paolo Coelho. Ich würd's nicht machen. Will ich nicht. Wenn es doch einen Gott gibt, so einen Schöpfer, und du trittst als total leergeschaufelter Eumel vor den Thron des Herrn, ohne Augenpimmelpansen stehst du da. Ich mein, das ist ein Schöpfer. Was gibst du letztendlich für ein Bild ab in deinem Taco-Jogger? Das ist doch die letzte Scheiße. Ich sage, nimm, es ist ein hartes Bild, aber letztendlich stimmt's. Das stimmt. Denkst du mal nach. Ganz schlimm diese Vorstellung war für mich. Johannes Heesters hatte eine Frau, die war über 40 Jahre jünger als er, und sie war trotzdem über 60. Das muss scheiße sein, oder? Ich war mir auch ziemlich sicher, dass Johannes Heesters nicht von Silber stirbt, sondern gefällt werden muss. Aber dann hat das ja irgendwie, ich mein das nicht böse. Ich lese halt nur viele Bücher. Man muss, äh, muss man Angst vorm Alter? Ja, Respekt. Man muss Respekt vorm Alter haben. Warum? Ich weiß nicht, ähm, weil die fragen dich zum Beispiel im Mediamarkt, wenn du dir so ein Ballerspiel kaufst. Früher, weißt du, haben die mich gefragt, ob ich alt genug bin. Dazwischen haben sie nichts gefragt. Und jetzt lachen sie nur noch, wenn ich da mit Call of Duty stehe. Ich hab eigentlich keine Angst davor, alt zu werden. Ich hab Angst davor, eines Morgens aufzuwachen und eine Kord-Rose anzuhauen. Dann häng ich mich auf. Dann ist es vorbei. Weg bin ich. Und das ist halt die größte Furcht, die in mir brennt. Weg, sofort. Aluleiter, Draht. Es ist so. Aber... Ist das... Kord macht alt, oder? Nicht bei dir, Schatz. Moment, Moment. Nicht bei dir. Nichts macht so alt wie Kord. Du kannst alles tragen. Nichts. Kord, ich kann das ruhig sagen. In Texas. Können 4-Jährige Brandwein kaufen, wenn sie eine Kord-Rose anhaben. Und das solltet ihr klar machen. Das hab ich mir ausgedacht. Sicher, aber es klingt wahr. Und das zeigt dir, wie alt Kord wirklich. Nichts macht so alt wie Kord, außer das Alter und Kord. Das sind zwei Sachen. Das macht wahnsinnig alt. Und es trägt auch auf. Das ist der Mann, Schneider, die aus dem Spricht. Es trägt auf. Es ist unfassbar. Es wird auch so No-Go-Ares geben. So Baden-Baden zum Beispiel. Durchschnittsalter 67. Da traut sich ja kein Polizist mehr hin. Und die ganzen kriminellen alten Leute am Rund-Tisch stehen. Oder auf der Kölner Domplatte. Wo so mittelalte Damen in Feinstrick Nordafrikaner antanzen zu Anna Haller. Und dann zack, Portemonnaie weg, Butterfahrt. Ganz, ganz schlimm. Kannst du... Ja, ja. Also Ehevertrag. Wer mich heiratet, mit mir zusammenlebt, der hat sich jeden Cent verdient. Ich würde gar keinen machen. Ehrlich. Wie der Urhege Traum, Frankenstein. Wir haben jetzt in der Frühphase gesehen, was passiert, wenn man einem Amerikaner eine tote Ente auf den Kopf schraubt. Der versucht jetzt Präsident zu werden. Ich sage, nein, nein, nein. Aber, Moment. Wie weit ist diese tote Ente gekommen? Das ist es doch, ne? Also das ist ja eigentlich Pro. Eine tote Ente war noch nie kurz davon, eine Atombombe zu starten. Ja, du hast letztendlich recht. Ja, schon richtig. Also das ist ja eigentlich dafür. Das spricht im Allgemeinen gegen die Amerikaner, aber nicht dafür, irgendwas Schlimmes auf noch was Schlimmeres zu schrauben. Das ist ganz furchtbar. Das ist zu kurz gedacht, mein Freund. Kommen wir zur nächsten Frage. Muss man Angst... Das ist eine Frage für Thorsten Sträter. Bitte nicht. Ganz persönlich. Muss man Angst vorm Fliegen haben? Es ist eine zweiteilige Antwort. Muss man nicht, außer man ist wach. Ich gehe da kaputt ran. Wir sind heute noch geflogen. Das ganze Konzept kann nicht funktionieren. Das muss Ihnen klar sein. Mit Fremden in der Metallröhre sitzen, die in die Luft geschossen werden, dann Brötchen essen müssen. Ist gegen die Natur. Es ist gegen die Natur. Interessant. Wenn ich nach Köln muss, warte ich oft, dass Köln im Ganzen auf eine Wanderdüne getrieben wird und dann irgendwann im Rürogebiet vorbeikommt, dann kannst du es nicht mehr fahren. Ich mache es jetzt immer mit dem Zug. Aber das löst ja nicht das Problem. Fliegen ist halt schlimm. Und Flugangst muss man eigentlich... Man muss. Auf jeden Fall. Weil, natürlich ist es statistisch am sichersten. Aber wenn so ein Vogel abschmiert, dann erwischt es in der Regel alle. Das geht wenig mit Prellungen ab. Und ich finde, es gibt ja Abstufungen. Ich habe panische Angst in der A320. Dann bin ich nervös, dann schwez ich, dann wird mir schlecht. Ich bin von Dortmund nach Dresden geflogen, in so einer Propellermaschine. Das war so gut wie so ein Zugluftdackel, zwei Propeller dran, 30 Personen drin. Da hast du keine Angst? Ne, da setze ich mich rein. Der macht die Propeller an. Ich muss das so sagen. Ich scheiße mir stumm in die Hose. Fertig. Mich braucht keiner mehr ansprechen. Du merkst es sofort in der kleinen Kabine. Ich dusche anschließend. Da rede ich nicht mehr. Das ist sofort vorbei. Das kippt einmal und dann werde ich ganz ruhig. Ich bin aber auch hart beschmutzt. Schneidet das raus. Weißt du, was super daran ist? Diese Maschinen haben ja oft nur zwei Plätze. Und wenn dann der eine so ein dicker ist, der drüberlappt und du hast dir gerade in die Hose geschissen, du hast trotzdem deine Ruhe. Ich bin auf der Dicke, der drüberlappt und hab mir in die Hose geschissen. Das ist das Problem. Was machst du im Winter, wenn die Maschinen enteisen und die Leute, die die Dinger enteisen, davorstehen und machen so... Ja, auf den Kopf. Bei mir schon geschehen auf dem Rollfeld. Ich bin noch gar nicht im Winter geflogen, glaube ich. Das vermeide ich ganz, weil dann hab ich Angst, dass die ausrutschen und dann kommt Bernadina. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich bleib zu Hause und mach mir einen Tee. Ach so. Nicht zu überzeugen. Nee, er ist einfach ein Hardliner. Du und auf der Autobahn, wo Leute fahren, wo du denkst, dem noch nie was von der Erfindung des Rückspiegels gehört und so und einfach rausziehen und so, Blinker auch überschätzt, dem einfach Arschbacken zusammen inzwischen. Wo du dann teilweise denkst, du bist nur darauf bedacht, zu schauen, was die anderen machen. Da hast du keine Angst auf der Autobahn. Na, es ist so, auf der Autobahn ist es so, dass ich selbst ja was beeinflussen kann. Beispiel, Stau ist ärgerlich, aber ich bin das erste Fahrzeug, ich hab's unter Kontrolle. Beispiel. Und dann ist es ja so. Dann weiß ich, wie lang ist das, wie lange dauert das. Halt schon, hatt schon. Also, beim Autofahren hab ich noch das Gefühl, ich arbeite mit, weißt du. Vielleicht eine Frage für die nächste Sendung. Darf man das Arschloch in der ersten Reihe von der Straße kicken? So. Ich merk das auch, ich bin ja jetzt noch älter. Ich lass die langsam rauswachsen. Nein. Mit Gel zur Seite, zack, Tom Selleck. Weißt du, das wird super, dann wirst du voll. So. Ich glaube, ich sage nur Putzfrauen und nennen wir sie doch gleich Reinigungszimmer. Putzfrau klingt schon so herabwertend. Das sind Leute, die Menschen, die Geld verdienen, indem sie zu dir nach Hause kommen und deine Scheiße wegräumen. Also sieh zu, dass das vorne ein bisschen würdevoll ist. Ich finde auch, die Toilette sollte man immer selber putzen. Es sei denn, du bist bettlägerig oder hast Pflegestufe 8. Ansonsten putz die gefälligst selber. Ist doch so. So, und dann handeln die Leute mit dem Respekt, den sie verdienen für solche Jobs. Fällig. Darf man beim Sex mit dem Partner an jemand anders denken? Ja, aber ein Mensch sollte es schon sein. Wieso habe ich mich dann beworben? Damit du im Schloss Bellevue im Garten sitzen kannst, kriegst Bienenstich und ab und zu machst du die Bundesgartenschau auf. Da schneidest du aufs Band durch, fertig ist die Laube. Mehr ist das nicht. Ja, und das kann mir bitte, kann mir bitte irgendjemand verraten, inwiefern sich dann mein Job irgendwie von dem unterscheidet? Weil wir alle möchten, dass es eine Neujahrsansprache gibt, wo einmal das Wort Penis drin vorkommt. Und deswegen, und Kant möchte das auf jeden Fall, ich möchte Silvester da sitzen, dann möchte ich hören, Penis, Penis, Penis. Das wäre schön.